Das Video hat bei 250.000 Aufrufen einfach 100% Likes. Das kann nur ein krasses Video werden, ja. Das kann wieder nur krass werden. Wie heißt das Ding? Junge, warum gibt es so viele Menschen, die nicht checken, dass eine Frisbee nicht zurückkommt? Warum sind die alle so dumm? Wirklich, der dritte Rapper, der sagt, dass die Frisbee zurückkommt. Ja, ne Frisbee. Das man wirft und es wieder zurückkommt. Ein Frisbee etwa? Sag das noch einmal. Sag noch einmal Frisbee, du Wichser. Frisbee? Hassmodus, Trauer ist hier gesetzt. Keiner von uns lacht auf den Passfotos. Die Voraussetzungen für ein biometrisches Passbild über mich. Warte, warte, ich stehe da. Du darfst nicht lachen. Warte, Gesichtszüge muss bla bla bla. Das Bild muss scharf kontrast sein. Ich schleiche die Aufnahme. Der Hintergrund muss einwischen. Der Kopf muss mittig im Bild und gerade ausgerichtet sein. Die Augen müssen dann geöffnet mit Blick in die Kamera. Neutraler Gesichtsausdruck. Geil, Mann. Aber das ist stark, das ist stark, dass das ausgeschlossen hat. Und geschlossener Mund ist Pflicht. Ha, ha, ha. Ha, ha. Juhu. Berlin Nummer 1, bleib am Ball so wie ein Buller. Ich habe jedes Mal so kack Fußballlein. Genau wie Oxlade Chamberlain, am Ball bleiben, wie ABD P. Ich schreib eine andere Ära, bleib am Ball so wie Neymar. Im Endeffekt ist es so, es gibt mir ums Geld und ich bleibe am Ball so wie Lionel. Leute fliegen, Leute fallen, doch der Bratan bleibt am Ball wie Ronaldo. Das ist ja auch eine einfache Line. Du brauchst bloß sagen, bleib am Ball und dann suchst du dir einfach so ein Schlusswort aus, was sich reimt auf die Feuerhegelein und dann hast du es schon. Deswegen immer schön, bleib am Ball und dann nachher raus. Bleib am Ball wie Riccardo. Welcher Riccardo denn? Es gibt so viele Riccardo's. Riccardo Pereira, Riccardo Quaresma. Wer? Welcher Riccardo? Du kannst einfach sagen, bleib am Ball wie Heinz Peter. Es gibt bestimmt irgendeinen Heinz Peter aus der Kreis Oberliga, der jetzt gerade eben hier mit dem Ball rumzirkelt. Die wollen mich alle verarschen, ja. Ohne Scheiß, die wollen mich verarschen. Bei einem Alaba wissen wir, um wen es sich handelt. Aber er sagt einfach Riccardo. Was denn für ein Riccardo? Ich will nur die Dollar. Ich dribbel mich hier durch. Bleib am Ball wie Maradona. Lass die Meider längstehen. Dein Lein blämmt. Aber nur bleib am Ball so wie Trissi. Ich bleib am Ball. Walter oder Maradona. Zum Ball bleiben wie Super. Ich bleib am Ball so wie Mozart. Ich bleib am Ball so wie Mozart. Was? Das war aber jetzt bestimmt nicht eine echte Line, oder? Ich bleib am Ball wie Mozart. Walter oder Maradona. Zum Ball bleiben wie Super. Ich bleib am Ball so wie Mozart. Ach, Mo Salah. Der meinte Mo Salah. Ich bleib am Ball wie Mo Salah, nicht Mozart. Oh mein Gott, das ist aber richtig stark gemacht. Nur wenn Krippos kommen, rennst. Kein Problem. Fick mal Amatina, fick mal Ralfloreen. Fick mal Amatina, fick mal Ralfloreen. Oh shit. Hopps. Fake. War halt ganz klar Dagobert, Dagobert. Aber okay. Dagobert kann man halt nicht in diese Lime treiben. Ich bleibe cool wie ein Kühlschrank. Alter, es ist einfach die Kühlschrank-Klein. Lachsi, schön, dass du da bist. Grüß dich. Noch mal, noch mal. Küss mal deine Schlampe und du weißt, wie mein Schwanz schmeckt. Du hängst auf MySpace, ich bin busy. Deine Freunde lutschen meinen Schwanz und du küsst sie. Ketto, Ketto, Gucci, Gucci, Ketto, Gucci. Deine Schlampe bläst bei mir, bei dir gibt sie dann Kussi. Kiwa-Style, dicke deine Bitch und du küsst sie dann. Leute sind mad, weil sich ihre Freundin bügt, ja. Nachdem ich abspritz, lach ich, weil sie dich dann küsst. Deine Bitch lutscht meinen Schwanz und danach gibt sie dir einen Kuss. Wenn ihr Freund das wüsste, dass sie so eine Bitch ist, sie lutschwanz bei Can und geht Hans dann küsst. Ich hab in ihren Mund gewichst und du hast ihren Mund geküsst. Denn deine Frau zu küssen ist so, als ob du mir ein bist. Bitte, ihr Idioten, werf doch mal einen Blick nach oben. Siehst du den Mond, ist es nicht der Mond, ist mein linker Hoden. Aber das ist nicht stark allein gewesen, die hat mich abgeholt. Schwarz-Matter-Kold, meine Schrafakte voll, fick auf Charts und Erfolg. Ein paar Sekunden später. Meine Brass sitzen ein wegen Grastickerei. Ich hab ihr versprochen, ich werd an der Chartspitze sein. Wie kann man so ein voll Idiot sein und sich selber in einem Text widersprechen? Also wenn es wenigstens in zwei Liedern ist, dann kann man nicht sagen, er hat seine Meinung geändert. Aber der widerspricht sich in einem Track einfach. Also der hat nicht viel zu tun, außer sich nicht zu widersprechen. Ich bin wie Gagermilch, fischte Stülpfe in den Arsch. Bro? Bittes, die ich ficke, sind geschlechtsreif nicht. Bittes, die ich ficke, sind geschlechtsreif nicht. Bittes, die ich ficke, sind geschlechtsreif nicht. Ihr alle bleibt draußen, Kanacken, Rap ist Sinn. Ihr gebt euch Mühe, aber wie kacken die Texte hin? Wie kacken die Texte hin? Wie kacken die Texte hin? Kacken, 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 wie kacken die Texte hin? Wild, Alter. Wieder ganz, ganz wildes Video ohne Scheiß. Gefällt mir immer richtig. Und ja. Wie kacken, 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 kacken.